Herzlich Willkommen zu unseren DocuSnap Video Tutorials. Heute für Business Frameworks, für Ihre IT-Dokumentation. Ganz spannendes Thema, wo wir gemeinsam ein Beispiel erstellen. Schauen wir rein. Die Berücksichtigung von Business Frameworks kann eigentlich eine sehr relevante Perspektive und eine wertgenerierende Perspektive für Ihre IT sein. Es gibt COBIT, TOGAV, ITIL als Frameworks, die alle das Zusammenwirken von IT und Geschäftsprozessen betrachten. Und das ist eine sehr relevante Perspektive, die Sie in DocuSnap auch abbilden können. Welches Framework Sie da genau nutzen, bleibt Ihnen überlassen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich und sorgt für Transparenz. Es ist manchmal auch eine gute Argumentation für Ihre Geschäftsentscheidungen, was Sie für IT mit welchen Prozessen oder mit welchen Services oder Organisationseinheiten benötigen oder kombinieren. Zunächst wollen wir natürlich wissen, was brauchen wir eigentlich alles dafür. Nun, eine aktuelle Inventarisierung ist immer empfehlenswert und wenn Sie das haben, dann haben Sie sich auch schon mit der Oberfläche von DocuSnap auseinandergesetzt, die wir hier sehen. Auf der linken Seite unser guter alter Datenexplorer und oben die Ribbon-Buttons und unten finden Sie die vier Hauptbereiche. Inventar, alles was reinkommt, Doku, alles was rauskommt, Lizenzmanagement und die Berechtigungsanalyse unter IT-Sicherheit. Beim Business Framework geht es um Output, deswegen wechseln wir unter Dokumentation und klappen hier den Datenexplorer auf und finden ganz oben den Punkt IT-Dokumentation. Sie können hier, dafür gibt es auch ein How-to, Strukturen exportieren und importieren. In unserem Fall wollen wir eine neue Struktur anlegen und klicken deswegen auf diesen Editor und dort machen wir jetzt ein neues Framework und dafür nutzen wir das Open Group Architecture Framework und starten dort eine neue Perspektive innerhalb dieses Frameworks. Da haben wir dann Ansichten und dort möchten wir eine neue generieren und das nennen wir jetzt mal Architekturansicht. Speichern und dann erhalten Sie auf der Seite hier eine Visualisierung und das kann man auch entsprechend in DocuSnap selber dann ablegen, wenn Sie nicht auf mehreren Monitoren arbeiten. So und hier starten wir jetzt, indem wir eine neue Ebene anlegen und das ist die Ebene der Geschäftsarchitektur. Beziehungsweise in unserem Fall nennen wir das einfach mal nur Geschäft und nehmen eine Farbe zum Beispiel hellblau. Speichern das mit OK. Eine weitere Ansicht wird sicherlich sein die Informationssysteme und dort nehmen wir die Farbe Orange und als nächstes machen wir noch die Ebene Technologiearchitektur und nehmen die Farbe grün. So nun können wir das Ganze auch sortieren, indem wir zum Beispiel hier die Ebene 3 nehmen und Geschäft auf Ebene 1 und Informationssysteme auf die 2. So, unter Informationssysteme möchten wir noch die Daten und die Anwendungen betrachten. Deswegen können wir hier ein neues Strukturelement generieren und das wird einmal dann die Datenbetrachtung sein mit der Farbe hell. Und dann nehmen wir noch die Anwendung mit hellgrün. So. In unserem Beispiel möchten wir den Zusammenhang zwischen Vertrieb und E-Mail darstellen, um auf dieser Basis dann möglicherweise auch weitere Geschäftsprozesse abzubilden. Da es sich hier um eine Organisationseinheit handelt, legen wir auf der Ebene Geschäft, die Organisationseinheit Vertrieb an. Dem Ganzen liegt die Anwendung Exchange zugrunde und hier können wir das Element hinzufügen, Exchange aus unserer Inventarisierung. Der Vorgänger hier ist der Vertrieb. Das bestätigen wir mit Speichern und dann sehen wir auch schon die geupdatete Visualisierung. Die Daten ergänzenderweise wollen wir hier auch hinzufügen und dafür wählen wir aus der Inventarisierung von Exchange die entsprechende, den DSRA aus. So. Die Technologie, die in dem Ganzen zugrunde liegt, die ist unser DSEX, der Server und den können wir auch hinzufügen, indem wir ihn entweder auf unserer Netzwerkebene hier auswählen und das mache ich jetzt einfach mal hier. Sie können allerdings auch unter Exchange den auswählen. Das Ganze speichern wir und beenden mit beenden und jetzt sehen wir hier unsere Togav Perspektive mit einer schicken Visualisierung, die Sie wie gewohnt in verschiedene Formate exportieren können und wenn Sie hier noch verschiedene Abhängigkeiten ergänzen, dann können Sie auch entsprechende Impact Analysen machen, zum Beispiel was passiert oder was ist in Abhängigkeit, wenn ein System ausfällt oder ein Dienst ausfällt. Vielen Dank, dass Sie reingeguckt haben. Wir haben jetzt wirklich nur einen kurzen Teaser hier gebastelt. Spannend ist für Sie die Anwendung über verschiedene Aktionsbereiche, über verschiedene Organisationsbereiche. Nutzen Sie das Ganze, um auch Ihre gesamte Unternehmung hier abzubilden. Es wird Ihnen einen großen Mehrwert bringen und es hilft bei neuen Planungen, bei neuen Projekten oder bei der Frage, warum kostet das denn so viel in der IT? Nun es gibt Gründe dafür und die IT ist heutzutage überall im Unternehmen angesiedelt. Deswegen, wer dokumentiert, gewinnt.